also alcazar ist bis jetzt der gewinner ist jetzt der andere holzbalken alle leute ich sehe gar nichts mehr hier was ist mit eurem feuer ich sehe keine holzbalken was ist denn hier oh da ist unsichtbar wie mies seid ihr denn hier alle dieser heck ist so alter was gott ok ok ich muss warten bis der hier durchfegt oh gott ja genau und dann den ins gesicht direkt was ist denn hier los ich bleibe jetzt hier stehen für den rest des streams ja alcazar wie war das da kommt gleich dein tod übrigens ich habe noch ein paar geister die ich trinken kann hättest du mal den wüstentäppel weitergemacht lecker geist wer liebts nichts so seiner mist der hat mir ein herz abgezogen oh gott ok war der auge der wahrheit rüßt sich noch aus du wirst begeistert sein jetzt wird es spannend ja ich konzentriere mich aber ich darf dir nicht anvisieren oh oh bombenpfeile werden gigantisch jetzt alter was ist denn mit dir das ist voll der sniper schütze da oben okay komme ich da hoch ich brauche den ich brauche den sowieso da oben ne alter was ist denn mit dem holy moly aber ich komme da ja gar nicht mehr hoch habe ich das jetzt verkackt weil mein mein schott ist zu kurz habe ich das verkackt kann ich wieder anziehen ich glaube ich habe verkackt ich muss diesen blöden weg nochmal gehen leute sei denn ich habe irgendwas übersehen aber doch warte mal doch 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 das geht oh je minnie oh je minnie la 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 krabbelmine ja geilo okay fliedermaus da kommt sie märzchen okay also hier hoch ich roll jetzt gleich rüber mach den erstmal tot das hat gut geklappt mann da schießt der schon wieder auf mich ne alter er hat langsam genug von dem häckchen bisschen also ich muss mich auch gerade ein bisschen konzentrieren deswegen ich habe gerade nicht so krass die chance reinzugucken in den chat okay ja okay der wäre tot sehr schön ich habe gerade geschildet ne ja ihr könnt auch 35 erhöhen ich habe gerade schild benutzt jetzt habe ich hier eine mücke dritte wo kommt die denn jetzt her ja ja schild äh zähle jetzt schuldert aus ich habe gerade schild benutzt okay äh oh gott ey katastrophe wie komme ich denn an den ran wie komme ich denn an die zwei ran ich muss das auch so machen und das nervige piepsen das stört dich echt ich weiß gar nicht warum denkst du wie mich das stört man da komme ich nicht hin warum komme ich da nicht hin das ist auch nichts meins von hier und dann rüber jumpen wir können es versuchen ja ich habe nicht mehr so viel so viel mana man okay ich drehe durch gleich okay machen wir jetzt den hier jo das ist geil sehr sehr schön gute Idee Kitsune und dann gehe ich so durch die Tür durch und dann ein Treffer und tot das wäre irgendwie voll nicht cool okay einer noch Leute Tür ist offen da ist normalerweise so ein Raum mit einem toten Schädel drin ja wie geil was war das was hat mich gerade eingefroren diese Kuh diese Kuh gell so ich darf keine Schultertasten benutzen ist gerade super ärgerlich Eisfalle Eisfalle aber wo kam die Eisfalle her ich habe ja ich habe ja einen Timer ach nö ledermaus komm her komm her komm her zack da oben sind noch mehr ah Leute das ist so nervig mit ohne mit ohne Schultertasten ja ich deutsch so die wieder rumgepackt ah da ist noch okay warte ich sniper die mit dem Bogen weg oder ich glaube die kommen sonst nicht ran los 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 hoffentlich war das die letzte ja dankeschön reicht das aus oder muss ich muss ich jetzt noch die Kiste holen ne ich hab's geschafft huu das war knapp jo alles gut Kuh da haben wir den Eisübel Täter ja genau was ein Luckshot gib es zu quatsch so ein Schlüssel wie spannend soll es sein zählter Junge ja so ich würde sagen diese Kuh wird jetzt gemolken oder liebe Kuh gib mir Milch ihr wolltet doch dass ich Milch trinke oder ähm Ariana wollte auch liken wenn ich Milch trinke also das kann sie jetzt tun so gleich nochmal sag mal nur so was denkst du wie lange das Projekt noch geht naja wir haben jetzt noch den Dungeon und dann noch ein und dann Ganons Schloss also wir haben jetzt beide Dungeon angefangen ich denk mal zwei Stream naja drei drei Streams mindestens hätte ich gesagt und dann kommt's halt noch drauf an ob wir ob ihr Bock darauf habt alle Skullis zu sehen weil das wird dann halt auch nochmal ne Sache ach hab schon längst geliked so machen wir uns erstmal Full Heal fertig Schlüsselhammer sollte jetzt abgeschlossen sein das heißt wir können jetzt hier lang natürlich alle 200 Skullis klar wir sind auch 100% Spieler ich weiß halt nicht wie spannend das für euch ist das ist halt die Sache dann ich würde sagen dann machen wir ein Voting dann ob wir 100% machen oder nicht das ist halt die Frage gehe ich jetzt erst zurück das ist schon sehr interessant ne diesen Dungeon mal rückwärts zu spielen ist schon irgendwie geil macht's irgendwie ein ganz anderes Feeling so dass es nur kleiner dann müsste gleich instant tot sein so da ist auch einer wie soll ich das denn machen wie soll ich das denn machen wie soll ich hä das kann ich versuchen als letztes zu machen oder da hinten können wir auch noch hin oh Gott ey oh Gott ey oh Gott ey hä aber da ist der da ist der auch so ganz komisch in der Ecke drinnen was soll ich das denn machen so nicht so jetzt sind sie alle wieder da okay sollten wir vielleicht mal ausprobieren wie wir das am dümmsten machen kann ich da einfach drauf laufen okay das geht da kann ich einfach hinlaufen alles klar also das ist kein Problem auf den Multi-World Randomizer freue ich mich schon riesig ich auch ich habe auch schon einen geilen Skin für Link rausgesucht oh Gott das war schlieb na oh das war knapp so so man könnte jetzt auch da lang gehen Aua das ist halt die Frage wie machen wir das das ist doch scheiße oder also aktuell ist das Voting dafür dass wir das als LP Projekt machen das ist doch kacke wie soll ich denn das machen sag mal solche Kraftaufdrücke verwenden wir aber nicht welche was kacke kacke ist doch kein Kraftaufdruck kacke macht man soo wo muss ich für's stream voten bei mir auf dem Kanal kannst du voten da müsste das irgendwie irgendwo stehen theoretisch bei Community okay warte ich versuch mal ich weiß nicht wie soll man das machen das war richtig schlecht ich wollte eigentlich auch die Schuhe anlassen okay let's go okay let's go so zack ich muss ein bisschen Magie sparen nein was war das denn ist doch eigentlich ein Datum für den Community Stream leider noch nicht ich hätte gesagt äh weil ich habe nächste Woche Frühschicht in der Frühschicht hab ich halt keine Zeit was anzupassen darauf die Woche hab ich Spätschicht und da den Samstag das ist warte mal ich guck mal kurz also das ist diese Woche dann nächste Woche und dann das müsste der 6 ne der 8 der 8. Juni der 8. Juni der 8. Juni was sagt der zum 8. Juni oh Gott ja ich hab's geschafft aber das war ja auch schon wieder mega squishy hier alles oder ach hier ah hier ist der der Ziehpunkt okay die hier ist der